Okay, wir müssen da gleich rein, wir müssen da gleich rein. Ich will noch einmal das Komplott beeinflussen. Warte mal kurz. Äh, 400, was könnte ein Geschenk bringen? Ich gebe ihm 100 Geld, wir haben eh nochmal genug. Und versuche das, die Fraktion jetzt hier zu verschwinden zu lassen. Weil wenn die Fraktion weg ist, gehe ich direkt rein. Jetzt können wir uns, glaube ich, die Söldner leisten. Ja. Oh mein Gott, was? Loyalität ist mehr als Abgaben. Let's go. Okay, Alter, Norwegen fährt in ihn rein. Das ist jetzt gleich sehr, sehr schlecht für ihn. Wenn diese dumme Fraktion jetzt endlich mal verschwindet. Und die verbündet? Ne. Komm jetzt. Komm, jetzt muss die Fraktion weg sein. Ja, ja, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Wichtig. Wichtig und richtig. So, jetzt haben wir ihn. Und jetzt können wir ihm alle Titel aberkennen. Titel aberkennen. Alles. Alles, was er gerade erobert hat, will ich ihm jetzt aberkennen lassen. Äh, ich gucke noch mal kurz nach den Söldnern. Habe ich. Sehr gut. Perfektes Timing. Und damit ist der Krieg hier oben, er ist in den Konflikt verwickelt und wir holen uns den Rest auch noch. Aberkennen, alles, feuerfrei. So, und jetzt werden wir gleich Krieg haben. Ich will keinen Krieg mit Norwegen, mir ist das egal. So. So, wir haben... Oh, wir haben zwei Gegner. Okay, kriegen wir das hin? Das sollten wir hinkriegen. Weit unterlegen. Okay, okay, okay. Sammelt die Truppen. Hat der Geld? Der hat Geld. Hm, hm, hm. Der kann die Söldnertruppen auch akquirieren. Ich werde so oder so die Söldner, glaube ich, akquirieren. Sammelt die Truppen. Okay. So, ich hebe das mal hier aus. Alle hier ausheben. Und? Söldner. Trupp von Horsa. Auch ausheben. Jetzt habe ich mein Geld verbrannt. Aber, das ist okay. Wir nehmen erst mal nicht uns als Befehlshaber. Und gehen hier vollkommen rein. Das kostet jetzt ein bisschen... Aufgrund des Kriegs zwischen euch könnt ihr ihn nicht mehr beeinflussen. Okay. Arzmarschall. Wir nehmen erst mal unseren Halbruder. Und den Höfling hier. So, wir werden ihn hier abfangen. Genau. Und jetzt haben wir gleich die erste Schlacht. Zack. Unser Kämpfer ist nicht ganz so gut, weil das mein Ratsmarschall ist. Aber der da oben ist halt in den Kampf verstrickt. Und wenn wir da richtig reingehen, dann sollte das kein Problem sein. Genau, wir gewinnen. So, und jetzt holen wir uns das hier unten. Zwölf Monate. Habe ich Truppen? Ja, man geht. Ich werde mit den Söldnern hinterher gehen. Und die, ähm... Und die Armee hier unten vertreiben. Ja, ich gebe mal hinterher. Der hat nur noch 93 Ritter. Der Grund, warum die hier ist, ist, weil wir Belagerungswaffen hier oben haben. Und ich will die hier unten auf jeden Fall alle töten. So gut ich kann. Okay, er läuft jetzt direkt in meine Belagerung rein. Ich glaube nicht, dass er jetzt kämpfen kann direkt. Da sind noch 5 Ritter. Aber wir haben halt 20% Kriegs... Warte mal, das sieht man gerade nicht. Ich packe mich mal hier unten hin. So, ich lasse es jetzt weg. Hier oben ist seine Armee. Ich heile mich mal hier kurz. So, der zieht jetzt hier rein. Und da warten wir jetzt einfach... Wie... What? Wie er jetzt hier vorgeht. I don't know, was er macht. Soll er ruhig in Wasser setzen? Das kostet Geld. Ähm, er hat 200 Gold. Er könnte sich auch einen Söldner-Trupp holen. Wenige Ritter. Noch brauche ich meine Verbündeten nicht. Aber zur Not kann ich sie auch in... Integrieren. Verbündeten kosten halt immer wieder Prestige. Und die zu haben, ist halt eigentlich ganz gut. Fließt der? Warte mal. Geht der jetzt nach Norwegen? Okay, wir haben die Belagerung hier gewonnen. Und jetzt geht es hier hoch zur Hauptstadt. Der ist, glaube ich, unterwegs nach Norwegen. Ziemlich sicher. Dass der auch unterwegs ist nach Norwegen. So, wir belagern jetzt seine Hauptstadt. Und dann sollten wir den Krieg gewonnen haben. Mitfühlen, das ist gut. Arrogant. Gefühllos ist, glaube ich, sogar noch besser. Warte mal, was ist denn der? Ah, nee, der ist Diplomat. Mitfühlend als Diplomat ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja, ja. Machen wir mal mitfühlend. Der ist einfach nach Norwegen gesegelt. Äh, gesegelt. Oder hier oben. Also. Sehr verrückt, aber... Anscheinend schon, ja. Der ist hier oben irgendwo, glaube ich. Der nimmt das... Der nimmt die Hauptstadt Norwegens ein. Wenn du Krieg gewinnt hast, hast du Krieg mit Norwegen. Nee, wenn ich Krieg gewinne, ist es vorbei. Ich sollte keinen Krieg mit Norwegen haben. Das hier ist irgendwas anderes. Der hat einen Grafschaftenkrieg von hier oben. Es geht um... Ich weiß gar nicht. Das ist irgendwas hier oben. Der will hier oben irgendwas haben. Und ich glaube, Norwegen ist auch gerade nicht so stark. Norwegen ist gerade sehr wack. Also alles gut. Das war dein Krieg. Nee, 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 nee. Habe ich... Nee, nee, nee. Habe ich gar nicht gepuppt? Ich habe doch geschaut nach... Der hier. Nee, hä? Ach so, das war sein... Ah, ja, ja, ja. Okay, ihr habt recht. Ähm. Er hat... Den hier. Der hat irgendeine Grafschaft, will der. Wahrscheinlich die hier oben. Von Norwegen haben. Und das werde ich danach machen. Also ich werde Norwegen danach angreifen. Ich denke nicht, dass Norwegen gerade die Kapazitäten hat, irgendwas zu tun. Die haben zwar Verbündete, aber die sind halt alle wack. Ein gebildeter Bauer. Oh, let's go. Bruder, den brauche ich aber sowas von in meinem Rat. Holy shit. So, wir haben fast gewonnen. Da ist jetzt hier... Äh, noch die letzte Schlacht. Da gehen wir hier oben mal rein. Okay, nice. Ja, der wird jetzt getroffen, glaube ich. Nee, nicht ganz. Oh, das ist jetzt nicht sein Ernst hier. Dieser Run-Scheiß. Jetzt, 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 jetzt. Jetzt hab ich noch. Manchmal ein bisschen tricky, dieses Weglaufen. So, ich habe noch... Monatliche Einnahmen in Krieg ist sehr, sehr nützlich gerade. Kaum noch Minus machen. So, jetzt haben wir gewonnen. Jetzt, äh, pressen wir unsere Forderung. Und was haben wir denn jetzt hier oben? So, was ist denn jetzt hier die Situation? Ach, okay. Warte mal, warum kann ich das... Ach, weil die besetzt sind. Ich muss noch ein bisschen warten. Kann ich ihn jetzt dabei unterstützen? Warte mal, was ist denn jetzt hier die Situation? Ähm. Er holt sich das ja gerade zurück. Basalenkrieg beenden. Ha. Aperkennen kann ich es ihnen halt leider nicht ganz. Denn das kann ich nicht nehmen, weil mehrere Besitztümer noch besetzt sind. Weil das hier oben noch ist. Ich glaube, wenn er das gewinnt, kann ich es holen. Ich bin mir nicht sicher gerade. Ich unterstütze ihn mal dabei. Das kann ich zwar nicht, aber... Ich warte mal kurz ab. Weil wenn er den Krieg hier oben fertig hat, ob ich die... Sobald er das hat, ob ich ihn... Ob ich das abnehmen kann. Um genau zu sein. Ähm. Jetzt. Stopp. So, warte mal. Jetzt kann ich es abnehmen. So, jetzt habe ich alles. Kann ich es abnehmen. Okay. So, jetzt ist der Krieg vorbei. Hallo? Ja. Alle auflösen. Alle Armeen sind aufgelöst. Hier will jemand aus dem Kerker freikommen. Hat der denn noch irgendwelche Titel? Der hat nur... Ah. Der will aus dem Kerker freikommen, weil er... mich angegriffen hat. Und auch dem nehme ich das ab. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Es gibt doch diesen einen Typen, der seinen Scheiß verliert. Ähm. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Wo ist denn der Typ? Das sind alle meine Lehnsherren, ne? Also das Erbe. Es scheint nicht mehr so zu sein. Ja, ja. Ich will den, ich will den, ähm... Ich glaube, das hier war das, ne? Der hat ein Kind bekommen. Darum ist das nicht mehr so. Okay. Gut. Also folgendes. Der hier unten hat mitgemacht. Der ist in Haft. Ich habe eine Domäne frei. Und deswegen werde ich ihm das aberkennen. Weil dann kommt er nicht frei und hat nichts gemacht, sondern im besten Fall kann er sich noch an meinem Hof irgendwie bewegen. als Konsequenz wäre das, glaube ich, ganz gut. Okay. So, jetzt haben alle Intriganten bekommen, was sie verdienen. Nämlich mehr oder weniger aufs Maul. Und jetzt werde ich meinen Masal mal wieder hinzufügen. Und... Wie viel Kontrolle haben wir hier unten? 48. 60. Okay, wir müssen hier unten rein. Okay. So, und jetzt bin ich von drei Domänen auf sieben Domänen hoch. Und mein Ziel ist es eigentlich, meine Hauptstadt auf Ivernes zu setzen. Weil Ivernes sehr viele Möglichkeiten für mich hat, Burgen zu bauen. Hier muss eine Stadt oder ein Tempel errichtet werden. Beides? Warte mal. Drei könnte ich trotzdem bauen. Hier könnte ich nur... Ja. Ivernes muss es sein. Also, ich muss hier eine Stadt bauen und einen Tempel. Das Problem ist, ich kann halt kein... Ich kann halt kein Inhaber einer Stadt sein und ich kann auch kein Inhaber eines Tempels sein. Ich muss sozusagen jetzt... Zieht das Fürstengebäude mit mir um? Nee. Ah, es gibt hier kein Fürstengebäude, ne? Also, ich glaube, wenn es ums Geld geht, wenn man jetzt rein nach dem Geld fragt, macht Ivernes am meisten Sinn. Weil wenn du eine Stadt und einen Tempel hier reinsetzt, hast du immer noch zwei Burgen. Zwei Festungen. Das ist überall anders. Hier wäre es eine, aber da sind die Stadt und der Tempel schon gebaut. Das könnte halt ein Vorteil sein. Ich könnte halt hier mehr oder weniger sofort rein. Was ist denn hier? Ah, das ist natürlich... Wir haben hier aber auch noch nichts ausgebaut. Ich glaube, ich ziehe um. Ich glaube, ich ziehe um. Was machst du wie ein Kultur? Hybridkultur? Nee, ich bleibe schottisch. Es gibt ein unique Gebäude, das ist hier unten. Aber das ist, äh, das ist so schwierig. Das ist eine Universität. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Okay. Hm, 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 hm. 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 Also, vielleicht hat jemand Erfahrung mit dem, mit einem schottischen Run, aber ich, zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich, dass Iverness für mich die beste Option ist, um am langfristigsten zu planen. Weil wenn ich das umziehe, kann ich hier die Entwicklung pushen, kann hier alles ausbauen und kann am Ende, habe am Ende vielleicht kein Fürsten, Fürsten, äh, Building, aber zumindest eine Menge Gold. St. Johnston ist halt, hm, ich kann ja sonst nichts ausbauen, ne, ich muss immer eine Grafsche, also das hier ist eigentlich, das ist hier, das ist immer tot. Das hier ist eine tote Sache. Das wird auf lange Sicht einfach ein Bottleneck sein. Okay, wir ziehen um. Ich habe mich entschieden. Wir ziehen nach hier oben und, äh, fokussieren jetzt Entwicklung. Wir haben St. Johnston natürlich immer noch in unserem Besitz, aber ja. So, jetzt haben wir hier jemanden, der möchte hier raus, der hat keine Titel mehr, der hat nur fallen gelassene Ansprüche, es würde 100 Gold kosten. Ja, ja, das ist der, dem ich gerade entzogen habe. Ich tendiere, das anzunehmen. 100 Gold ist gerade sehr viel. So, wir haben gewonnen. Jetzt müssen wir mal gucken. Euer Sohn, dem muss ich jetzt einen neuen Vormund hinzufügen. äh, ja, das kann ich direkt selber machen. Außer, wir können unseren Ratsverwalter reinsetzen, unseren Riesen übrigens. Ja, sehr gut. Äh, dann haben wir ein Lösegeld. Warte mal, was ist mit ihm? Hat der noch Ansprüche? Ja. Also, der hat Ansprüche, aber der ist halt, ich glaube, den lasse ich nicht frei, den lasse ich da drinne versauern. 10 Gold ist es mir nicht wert, dass ich den frei lasse und der eventuell Scheiße baut. 18. Gucken wir mal ganz kurz nach Vasallen. Das ist der hier oben. Der hat kaum Truppen. Ich kümmere mich erst mal um die anderen Seilen. Schmiede hier meinen Komplott, also den zu befreunden und plane mein nächstes Fest. Ah, nee, das will ich gerade nicht. So. Das war doch mal ein sehr erfolgreicher, ein sehr erfolgreicher Coup. Hügelhöfe. Sehr günstig auch. Jetzt müssen wir halt ausbauen, ne? Handelshafen natürlich auch noch sehr krass. Bevor ich ausbaue, mache ich nochmal ein Fest. Ich warte, bis ich das Fest machen kann. Das kostet 200 Gold. Weil dann kann ich die Vasallen definitiv befrieden, ohne dass hier irgendwelche Stressscheiße kommt. Weil hier kann immer mal eine Fraktion kommen, die sind alle noch nicht so happy. Außerdem habe ich genug Truppen, ähm, das sollte okay sein. Mein Plan ist jetzt also, das weiter zu stabilisieren. Ich habe jetzt den Norden großenteils eingenommen, habe sieben von sieben Besitztümer, kann jetzt also eine Menge Geld farmen und muss jetzt mich darauf konzentrieren, äh, meine Vasallen zu stabilisieren und dann, äh, den Norden hier Norwegens hier auch noch zu erobern. Und auch die, ähm, Soräer hier drüben. Das muss ich mir alles holen. Das ist alles mein Ziel, sozusagen. Auf lange Sicht, da müssen wir aber ein bisschen, oh, wer hat verloren? Uh, gegen? Ein Befreiungskrieg, oder was? Befreiungskrieg, oh, shit, alter. Was, du willst mir jetzt sagen? Alter, die sind autark. Habe ich gegen den Kriegskunde? Ne, das ist noch der Lehnsherr, oder was? Habe ich mich gerade verguckt? Die sind doch jetzt autark, oder nicht? Vielleicht hat er das noch nicht verarbeitet. nie mehr normanisch. Die englische Kultur, okay. Ja, ja, gut, war eine Frage der Zeit, tatsächlich. England immer noch vereinigt. Holy shit. Das wird nicht mehr lange so sein. Habe ich den Lehnsherr übersehen? Ah, tatsächlich. Hä? Der hat aber einen Befreiungskrieg gewonnen. Von was hat er sich bitte befreit? Der hat zwei weitere Domänen bekommen. Ah, der hat das hier oben dazu bekommen, wahrscheinlich. Oh mein Gott, das ist super schlecht für ihn, weil sein Lehnsherr hat 400 Truppen, und sein Vasal hat 1400. Nee, der hat den Krieg verloren. Nee, nee, der hat den gewonnen. Hier, Kleinkönig, der Kleinkönig Guadro hat seinen Krieg verloren. Der Sieger, der hier, der einen Befreiungskrieg hat. Der hat jetzt hier oben das eingenommen. Jetzt kann er, wenn er Glück hat, langfristig den gesamten Scheiß hier übernehmen. Weil jetzt hat er viel mehr Truppen als sein, als sein Vasal. Oh. Okay, ich kann was stationieren, das machen wir mal. Okay, ich kann was stationieren, das machen wir mal. Gut. So, wir wollen jetzt gleich einen Fest machen. Fest mal. Ich glaube, das kann ich schon mit 200 machen. In unserer neuen Hauptstadt. Und kostet mich nur 200. Wir wollen unseren Ehrengast einladen. den hier. Obwohl, nee, wir nehmen mal ihn. Und wir befreunden uns mit ihm. So. Und 200, wir lassen uns auf Standard und machen Fest mal. Das ist immer ganz cool, um seine eigenen Vasallen so ein bisschen gleichzeitig zu befreunden. Wilhelm hat deren Hofsprang. Der Hofkönig Wilhelm spricht jetzt Englisch. Eine wahreweise Entscheidung. Wir sind mit England ziemlich cool, tatsächlich. Noch. Noch. So, was haben wir denn hier? Sprunghaft. Treuherzig. Oh. Ähm. Wir machen treuherzig. Obwohl, es ist beides geil. für Diplomatie. Hm. Äh. Nee, wir machen, ähm, wir machen sprunghaft. Das ist okay. Ich ziehe mir halt so ein paar Spezialisten-Charaktere ran. Ich kann die dann benutzen, um sie in meinem Rat zu verewigen und eventuell Sachen zu, äh, verleiten. Oh, das haben wir jetzt hier. So, jetzt geht los. Fest mal geht los. Und er wird unser Freund. Perfekt. Unwurzeln durch die Speisen. Das Gesicht, das sie zieht, das ich essen rette, ist unbezahlbar. Oh Gott. Schwaches Druckmittel. Das heißt, ich kann sie, äh, ich kann sie erpressen. Ihr haltet ein schwaches Druckmittel. Sehr gut. Das ist alles für Geld. Alles für Geld, Jet. Ich habe ein Gespräch über eine Affäre erfahren. Okay. Oh Gott. Eigentlich wollte ich mich entspannen. Ich muss den aber unbedingt anstoßen. Let's go. Aber das ist alles erledigt. Eifrige Fronatur. Sehr gut. Eifrige Fronatur ist ein sehr geiler Perk. Fest mal abschließen. Das bedeutet, wir kriegen jetzt mehr Ränkespiele und Meinungen von Vasallen sind besser. Erinnerungsstück. Ihr haltet Erinnerungsstück. Anspannungszuwach minus zehn Prozent. Stella? Wer sind Stella? Huf. Ist die an meinem Hof? Ratspitzel von euch. Oh, die kann ich für Bündnisse und so verheiraten. Nee, Befreiungskrieg. Ja, warte mal. Befreiungskrieg ist zur Senkung der Dienstautorität. Ja, okay. Wohlstandsschaffer. Sehr gut. Gut. Gut.